Der Walk of Phil ist fantastisch, weil wir wieder mal mit den anderen Lehrlingen zusammenkommen und dass wir uns selten auch dabei sein dürfen, weil die haben uns am Anfang unterstützt, dass wir ihnen auch das zeigen können, was die Firma für uns macht. Und es ist toll, dass die Lehre gefeiert wird, um zu zeigen, dass es auch wichtig ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Lehre bei Phil war für mich eine super spannende Zeit. Ich habe viel gelernt, es ist nie langweilig geworden, es war immer herausfordernd und ich hoffe, dass es genauso weitergeht, wie die Lehre beendet worden ist, mit spannenden Projekten und ich kann es natürlich jedem nur empfehlen, dass es denselben Weg geht.